Kurt Michelini, Geschäftsführer der Fraschland zur Brauerei. Wir befinden uns hier im Sudhaus der Brauerei, Sie in einem traditionellen Gewand, was man vielleicht noch vor 100 Jahren trug. Das passt zum Anlass, 110 Jahre, Fraschland zur Brauerei. Wie sieht es denn aus mit der Brauerei? Welchen Herausforderungen und Kundenwünschen sieht man sich heute entgegenstehen? Ja, es ist eine interessante Frage. Die Kundenwünsche und die Herausforderungen sind teilweise immer noch dieselben wie vor 110 Jahren und andere sind wieder ganz neu. Zum einen ist die Situation heute so, dass die internationalen Brauereikonzerne die Welt, den Biermäßig, den Weltbiermarkt dominieren und sich die kleinen Brauereien, wie wir das sind, zunehmend schwer tun, sich gegen solche Konzerne durchzusetzen. Jetzt hat ja auch sich die Fraschland zur Brauerei weiterentwickelt. Mit sehr beliebten Produkten ist man auf der Mark. Es kommen ehrlich neue dazu. Wie kann man überhaupt das Angebot noch halten? Ist es überhaupt noch erweiterbar? Gibt es schon neue Ideen für die nächsten Jahre? Es gibt immer wieder was Neues. Nichtsdestotrotz sind wir eine Brauerei. Es geht ums Bier. Das Bier muss gut sein. Es sollen so natürliche Rohstoffe wie möglich verwendet werden. Und trotzdem ist für die eine oder andere Innovation, sprich Radler, immer Platz. Jetzt wurde am Donnerstag schon das Bockbierfest, das Traditionelle, eröffnet. Am Wochenende geht es weiter. Wie liefen denn die Vorbereitungen? Es ist ja heuer noch größer wie die Jahre zuvor. Ja, das Fest nimmt ungeahnte Dimensionen an. Wir kommen eigentlich gar nicht nach mit der Erweiterung und Vergrößerung des Zeltes. Am Donnerstag haben wir das Clubbing, das Drei-Schwestern-Clubbing gefeiert. Es waren bereits am Donnerstag über 1500 Leute hier. Heute wird das Zelt knallvoll. Und wir hoffen, das Wetter soll ja auch gut werden, dass wir alles gut über die Bühne bringen und es keine Verletzten gibt bis Sonntag. Heute Freitagabend steht der Höhepunkt, ist einer der Höhepunkte der Bockbieranstich. Was erwartet denn die Zuschauer noch, die Interessierten für das kommende Wochenende, sprich Samstag, Sonntag? Genau, heute findet der Anstich statt mit einem traditionellen Einzug. Der klassische Bockbeanstich wird durchgeführt durch den Landeshauptmann Markus Wallner. Die Drei-Schwestern werden ihm dabei assistieren, muss allerdings dazu sagen, diese Veranstaltung ist eine geschlossene Veranstaltung und vorbehalten den Kunden der Brauerei Frastanz, speziell die Gastronomie-Kunden. Am Freitagabend findet dann eine große Party statt mit dem Rittberg-Quintett. Am Samstag, ganz wichtig, Tag der offenen Tür. Man kann sich die Brauerei wirklich von innen ansehen, im Live-Betrieb und dann ins Festzelt wechseln, wo man dann musikalisch verwöhnt wird von den fidelen Mölltalern, die wieder mal im Lande spielen. Auch ein besonderes Highlight. Am Sonntag Frühschoppen, klassischer Frühschoppen und am Nachmittag nochmals Blasmusik mit einem Umzug durchs Dorf. Also es ist für das ganze Wochenende ein Mörderprogramm.